Und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Panel. Wir machen auch weiter mit den politischen Rahmenbedingungen der Frage, was kann denn die Politik gestalten und werfen jetzt einen Blick auf die Frage, was bringt die neue Legislaturperiode in der Arbeitspolitik. Ich bin aber nur für die Überleitung hier, denn ich freue mich jetzt ganz besonders an die Person übergeben zu dürfen, die für dieses tolle Programm heute verantwortlich ist. Also klatschen Sie jetzt gerne extra laut vor Ihren Home Devices für Adele Hohldampfwende. Sie ist zuständig als Bereichsleiterin für Arbeitsrecht und Arbeit 4.0 hier bei Bitkom. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Geraldine, für diese netten lobende Worte. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das auch so empfinden, dass das Programm für Sie eine Bereicherung ist und Sie tatsächlich am Ende des Tages etwas davon, was Nützliches mitnehmen können und Ihnen das auch gefallen wird. In der Tat geht es im nächsten Panel weiterhin um politische Fragen. Und zwar die 20. Legislaturperiode ist ja schon voll im Gange und auch die Ampel-Koalition hat einige arbeitspolitische Vorhaben in den Koalitionsvertrag geschrieben. Was planen die Parteien im Bundestag bis 2025? Diese Frage möchten wir nachgehen und hierüber spreche ich mit versierten Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern aus den Bundestagsfraktionen. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge alle schon mal anwesenden Vertretern der Fraktionen. Herr Kobert wählt sich sicherlich auch in jeder Sekunde nochmal ein. Ich beginne dann mit der Begrüßung an Herrn Jan Dieran. Herzlich willkommen. Er ist Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für den Bereich Wandel der Arbeitswelt und auch für den Bereich Arbeit 4.0. Willkommen. Ich begrüße ebenfalls die Dame in der Runde, Susanne Ferschl. Sie ist stellvertretende Vorsitzende und Leiterin des Arbeitskreises Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Ich begrüße ebenfalls Stefan Stracker, der ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie dabei sind. Und last but not least für den Moment begrüße ich auch Dr. Wolfgang Steckmann-Kuhn. Er ist Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich würde vielleicht schon mal die Diskussion einleiten und wie gesagt hoffe ich, dass Herr Kober sich noch mit dazu stoßt. Die Digitalbranche hat insbesondere zwei Themen, die ich mit Ihnen auch in den nächsten knapp 50 Minuten erörtern möchte. Und zwar einmal das Thema mobiles Arbeiten und einmal das Thema IT-Fachkräftesicherung. Wir können vielleicht mit dem Thema mobiles Arbeiten anfangen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat sich in der Corona-Pandemie weiter beschleunigt. Die heute vorgestellte New Work-Studie des Bitkom hat gezeigt, dass die Hälfte aller Erwerbstätigen in Deutschland vollständig oder teilweise in Homeoffice bzw. mobil arbeitet. Einschränkend muss ich natürlich dazu sagen, dass die Erhebung Anfang 2022 stattfand, als die gesetzliche Homeoffice-Pflicht noch galt. 62 Prozent der Erwerbstätigen schätzen es so ein, dass ihre Tätigkeit grundsätzlich für die Arbeit im Homeoffice eignet. Und schließlich 9 von 10 Prozent möchten nach der Pandemie zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten. Wie geht die Politik mit diesem großen Wunsch nach Flexibilität um? Und welcher Eckpfeiler sollte ein Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten haben? Wir steigen natürlich auch in Detailfragen bald ein. Deshalb würde ich zuerst um eine generelle Einschätzung bitten und ein paar Stichworte zu nennen. Und vielleicht fangen wir mit der Ampelparteien an. Herr Dieren, Sie haben zuerst das Wort. Ja, vielen Dank. Ich glaube, danke erst mal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier zusammen diskutieren können. Ja, zwei wichtige Themen, die Sie angesprochen haben. Beim mobilen Arbeiten ist, glaube ich, vor allem wichtig, da jetzt einen verlässlichen Rechtsrahmen hinzubekommen. Wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass ganz viele, haben das gerade noch mal geschildert, merken, dass das eigentlich gut funktioniert, von zu Hause zu arbeiten. Jedenfalls in vielen Berufen, sicher nicht in allen. Und natürlich auch für viele Beschäftigte eine Flexibilität mit sich bringt und die Möglichkeit, nicht jeden Tag zur Arbeit fahren zu müssen. Manchmal ist es vielleicht auch bei gutem Wetter schöner, von zu Hause zu arbeiten, vom Balkon oder wie auch immer. Und das hat in der Pandemie jetzt zum Teil sehr gut funktioniert, zum Teil aber auch eine ganze Menge Schwierigkeiten aufgewiesen. Ist ja klar, das Arbeiten am vollen Küchentisch oder wenn die Kinder rumspringen, ist nicht so einfach. Und ich glaube, für beides, also sowohl für die Vorteile als auch für diese Nachteile, die damit möglicherweise einhergehen, braucht man einen rechtlichen Rahmen, der zum Beispiel Haftungsfragen regelt. Der regelt, wie sieht der Arbeitsplatz zu Hause aus? Wie sieht es aber auch mit dem Arbeitsplatz weiter im Betrieb aus? Also, dass niemand ins Homeoffice quasi abgeschoben werden kann, sondern da eine Vereinbarung besteht, zu der jederzeit auch oder es immer die Möglichkeit gibt, dass die Beschäftigten wieder in den Betrieb und an den betrieblichen Arbeitsplatz zurück können. Und dann ist natürlich die Frage, Hubertus Heil hat das ja auch schon ausgeführt, wenn es einen Erörterungsanspruch gibt, darüber zu reden, wann ein Homeoffice möglich ist, gibt es natürlich auch immer Gründe, wo es nicht geht. Also die Arbeit am Hochofen oder in der Bäckerei kann man schlecht nur von zu Hause machen. Da gibt es also sicherlich Gründe, die dagegen sprechen, gleichzeitig aber auch berechtigte Gründe der Beschäftigten, wann sie Homeoffice wollen oder wann auch nicht. Und das gegeneinander abzuwägen, auch das gehört sicherlich in so einen Rahmen dann mit rein. Herr Dr. Wolfgang Steckmann-Kuhn, würden Sie das noch ergänzen? Ja, sehr gerne. Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Die Digitalisierung der Arbeit haben wir ja nicht erst seit zwei Jahren, seit Corona da ist, sondern schon vorher. Und für uns als Grüne ist besonders wichtig, dass die Menschen selbstbestimmt über nicht nur den Platz der Arbeit entscheiden können, sondern auch über die Lage der Arbeitszeit, wann wird gearbeitet, wie viel wird gearbeitet. Und diese Selbstbestimmung macht sich ja durchaus auch positiv bemerkbar beim Thema Homeoffice, was wir in den zwei Jahren tatsächlich ja auch alle nochmal besonders stark gelernt haben. Und wir haben auch Vor- und Nachteile daran gesehen. Und das ist für eine Regulierung ja natürlich total wichtig. Also der Vorteil, mehr Selbstbestimmung, mehr Möglichkeiten, die Arbeitszeit auch einzuteilen, die Fahrtwege fallen weg, wo auch ein ökologischer Aspekt dabei ist. Also selbst jetzt in der Ukraine-Krise wäre Homeoffice ein kleiner Teil der Antwort darauf, wie wir Energie sparen können und auch für die Klimakrise ist das durchaus was, was einen Effekt hat. Aber die Flexibilität, die Selbstbestimmung ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Arbeitsschutz auf der anderen Seite. Also Jan Dieren hat schon angesprochen, die Arbeit am Küchentisch, wenn dann auch noch irgendwie Kinder dabei sind oder sonstige störende Merkmale. Also da ist es schon auch wichtig, dass es da eine Regulierung gibt. Und was für uns wichtig ist, ist, dass das eine Selbstbestimmung des Beschäftigten, der Beschäftigten ist, immer freiwillig sein muss. Und dass es aber auch einen Arbeitsplatz im Betrieb gibt, sodass Homeoffice nicht heißt 100 Prozent zu Hause, sondern dass es möglichst einen Wechsel gibt zwischen Arbeit am Arbeitsplatz, im Betrieb, auch um den Kontakt zu den Kolleginnen und zu dem Betrieb zu haben und Homeoffice auf der anderen Seite. Vielen Dank. Ich begrüße in der Runde Pascal Kobea, der ist arbeitsmarktpolitischer und sozialpolitischer Sprecher und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der FDP-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen in der Runde. Wir sprechen gerade über mobiles Arbeiten und was man von einem Rechtsrahmen erwarten könnte. Und ich würde Sie auch gerne bitten, ein paar Stichworte zu nennen, wirklich nur kurz, um diese Eckpfeiler schon mal zu nennen, wo wir später in der Diskussion dann einsteigen können. Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Und es gab ein kleines technisches Problem. Ein Update wurde gerade hochgespielt auf dem Bundestagscomputer. Und ich musste das System beenden und wieder hochfahren. Kurzum aber auf Ihre Frage. Ich glaube, wichtig ist, dass es an der Lebenspraxis orientiert ist. Wenn ich das aufgreifen darf, was Wolfgang Stringmann-Kuhn gerade betont hat, auch nochmal die Situation am Küchentisch und mit der Kinderbetreuung. Ich glaube, wir müssen eine Regelung finden, bei der am Ende auch wirklich die Freiheit da ist, dass sich Arbeiten auch der Lebenspraxis anpassen kann. Es muss die Möglichkeit sein, am Küchentisch zu arbeiten. Es muss aber auch die Möglichkeit sein, im Garten zu arbeiten. Und deshalb ist klar, dass der Arbeitgeber nicht für die Gestaltung des Arbeitsplatzes im eigenen Homeoffice zuständig sein kann. Das würde diese Flexibilität ja gerade eben nicht ermöglichen. Das Zweite ist, denken Sie an die Arbeitszeit. Ich glaube, wenn wir wirklich die Chancen des mobilen Arbeiten nutzen wollen, dann muss es auch eine Souveränität auf Seiten des Arbeitnehmers geben, seine Arbeitszeit zu gestalten. Also vielleicht auch mal später am Abend etwas zu erledigen und dann am nächsten Morgen, bevor die Kinder aufstehen und dann die Kinder in die Schule bringen. Und da sind starre Arbeitszeitvorgaben vielleicht eher hinderlich. Also kurzum, ich glaube, wir haben da Diskussionsbedarf in der Koalition, bin aber zuversichtlich, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, schaffen werden, nämlich ein attraktives Regelungswerk zu schaffen, das für alle Seiten einfach eine positive Entwicklung ermöglicht. Ich würde gerne die Frage weitergeben an Herrn Strache. Wie sehen Sie, welcher Eckpfeier müsste ein neuer Rechtsrahmen haben? Herzliches Grüß Gott aus dem Allgäu in die Runde. Ich glaube, man sieht tatsächlich, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten sich bewährt hat, nicht nur in der Corona-Pandemie, aber dort in besonderer Art und Weise. Und gleichzeitig, Ihre Umfrage zeigt ja auch, viele von denen, die jetzt dieses mobile Arbeiten schon die Möglichkeiten hatten, wollen dies auch fortsetzen. Vielleicht aber auch nur teilweise, weil man diese Grenzen auch sieht. Und das zeigt dann mir auch, dass wir einen guten Aushandlungsprozess brauchen zwischen Arbeitgeber, den Bedürfnissen dort und des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin, die natürlich auch sagt, wie schaut eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? Wie kann ich das besser miteinander verzahnen? Deswegen ist hier ein Rahmen sicherlich notwendig. Inwieweit er dann neue Ansprüche dann einhergehen muss, ist eine andere Frage. Die Koalition hat sich ja hier auf einen Erörterungsanspruch geeinigt. Ich glaube, das kann man auch erst mal abwarten, wie dann dieser Erörterungsanspruch im Detail aussieht. Die Augenhöhen verändern sich ja auch. Der Fachkräftemangel ist ja mit Händen zu greifen. Und deswegen sehen, glaube ich, auch die Arbeitgeber durchaus eine höheres und gesteigertes Chance darin, Fachkräfte an sich zu binden und auch neue zu gewinnen, wenn man Homeoffice und mobiles Arbeiten anbietet. Also von daher eine gute Balance zu finden zwischen den Interessen des Arbeitgebers. Auf der einen Seite, wie wird die Arbeit tatsächlich erbracht? Und eine Verbesserung und Flexibilität zu finden, das ist die Aufgabe. Und dazu sehen wir jetzt nicht die Notwendigkeit als Union für neue Ansprüche im Sinne eines Rechtsanspruchs. Dieser Erörterungsanspruch muss man mal sehen, wie der dann ausgestaltet werden soll von Seiten der Praxis. Arbeitsschutz ein wichtiges Thema, das man natürlich nicht aus dem Auge verlieren darf. Und das Thema Arbeitszeit. Es nutzt mir nichts, wenn ich zwar Möglichkeiten habe, mobil zu arbeiten, allerdings die Arbeitszeitregelungen viel zu streng sind, sie sich unnötigerweise am Acht-Stunden-Tag orientieren. Ich glaube, da braucht es mehr Flexibilität und hier gibt der EU-Rahmen ja einiges her. Ich verstehe nicht, warum die Koalition das nicht macht. Vielen Dank. Wir haben schon auch wichtige Stichpunkte genannt. Frau Ferschl, was ist aus der Perspektive der Linken wichtig beim mobilen Arbeiten? Ja, von meiner Seite ein herzliches Hallo und auch ein Hallo aus dem Allgäu, wie von meinem Vorredner. Ja, danke auch für die Einladung. Ich glaube, das Thema Homeoffice ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und möchte gleich damit einsteigen mit dem Erörterungsanspruch, der im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Das ist natürlich, wenn ich da Jan Viren zitieren darf, mit dem verlässlichen Rechtsrahmen, für den verlässlichen Rechtsrahmen viel zu wenig. Also ich meine, ein Erörterungsanspruch, ganz ehrlich, ist schon ein bisschen ein Witz, weil selbstverständlich ist es immer so, dass der Arbeitgeber hoffentlich mit seinem Arbeitnehmer spricht. Aus unserer Sicht daraus braucht es klar einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Das ist offensichtlich, wie so viele Dinge in der Ampel, dem Kompromiss zum Opfer gefallen, weil ich weiß ja noch vor der Bundestagswahl, dass es durchaus die Grünen und die SPD auch immer wieder eingefordert hatten, dass es ein Recht auf Homeoffice braucht. Das ist aus unserer Sicht daraus notwendig. Allerdings auch, um es einschränkend zu sagen, aus unserer Sicht daraus nur ergänzend, also freiwillig, logisch, aber auch ergänzend, also nicht ausschließlich, weil wir einfach die Erfahrung immer wieder machen, dass Beschäftigte, die ausschließlich im Homeoffice sind, gerne auch mal dann in der betrieblichen Realität, sprich Qualifizierung, sprich Betriebsversammlung, sprich Informationen und so weiter ausgeschlossen sind. Und deswegen glauben wir, das ist richtig, das nur ergänzend zu machen. Wichtig wäre aus unserer Sicht daraus, dass auch klar ist, dass die Arbeitszeiten vollumfänglich erfasst werden. Da kritisiere ich ganz stark, dass das EuGH-Urteil, was nahezu vor drei Jahren gefällt worden ist, immer noch nicht umgesetzt worden ist. Wir brauchen im Homeoffice eine klare Erfassung der Arbeitszeiten und wir brauchen auch ein klares Recht auf Nichterreichbarkeit, weil auch alle Studien klar belegen, dass die psychischen Belastungen im Homeoffice zunehmen, weil häufig Doppelbelastungen da sind, weil die Erwartungshaltung da ist permanent erreichbar. Und im Gegensatz zu meinen Vorrednern bin ich gänzlich anderer Meinung. Das Arbeitszeitgesetz ist überhaupt nicht starr. Ich war selber vorher 30 Jahre im Betrieb. Ich war Betriebsratsvorsitzende. Ich habe mit dem Arbeitszeitgesetz gearbeitet. Die Ausnahmeregelungen im Gesetz sind umfangreicher als der Gesetzestext selber. Es bietet genügend Flexibilität. Wir brauchen im Gegenteil gerade im Homeoffice den Schutz der Beschäftigten. Und es steht für uns im Vordergrund. Und natürlich auch, was ich auch noch abschließend als einen wichtigen Punkt ansprechen möchte, ist, dass klar ist, dass die Kosten fürs Homeoffice inklusive der Arbeitsmittel, also PC oder auch eine ergonomische Ausstattung, sagen wir mal Schreibtischstuhl oder Ähnliches, der Arbeitgeber tragen muss. Das soll wir erleben aktuell, dass auch das jetzt immer wieder auf die Beschäftigten abgewälzt wird und natürlich damit auch versucht wird, sich entsprechend die Kosten zu sparen. Also rundum, wir brauchen dann tatsächlich, da stimme ich ja hier hinzu, einen verlässlichen Rechtsrahmen. Der muss aber aus meiner Sicht daraus mehr beinhalten als ein Erörterungsrecht. Und er muss Verlässlichkeiten bieten, insbesondere was den Schutz der Beschäftigten anbelangt. Vielen Dank, da haben Sie schon sehr viele Themen aufgezählt. Ich würde mich in der folgenden Diskussion auf zwei Themen uns fokussieren wollen. Das Thema ist Zeitsouveränität und tatsächlich Arbeitszeit, was viele von Ihnen auch angesprochen haben. Und das Thema auch Arbeitsschutz, was auch einige von Ihnen angesprochen haben. Und natürlich zu Selbstbestimmtheit gehört auch Freiwilligkeit. Mich würde interessieren, wie sehen Sie aus der Perspektive Ihrer Partei, wie diese Selbstbestimmtheit besser im Gesetz verankert werden kann? Wie könnte die Zeitsouveränität verankert werden? Brauchen wir vielleicht mehr Flexibilität, eventuell auch eine Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit? Was ja in der Diskussion stand, fangen wir vielleicht mit Herrn Dr. Stegmann-Kuhn an. Die Grünen hatten im Wahlprogramm auch einige Punkte zum Thema Zeitsouveränität. Wie sehen Sie das? Genau, ich habe es ja eben schon in meinem Einleitungsstatement angedeutet, dass uns das sehr wichtig ist, dass die Menschen selbst entscheiden können, wann sie arbeiten, wie lange sie arbeiten können. Stimme aber Susanne Fersche darin zu, dass das Arbeitszeitgesetz schon jetzt viel Flexibilität ermöglicht, weswegen wir auch gesagt haben, das Arbeitszeitgesetz muss man dafür nicht ändern, was von anderen Parteien ja immer eine Forderung war. Was uns da an der Stelle nochmal wichtig ist, für den Schutz der Beschäftigten ist die Ruhezeit. Weil man braucht einfach eine bestimmte Menge an Ruhezeit, damit es halt nicht die Gesundheit schädigt. Und es geht ja beim Arbeitszeitgesetz um Schutz der Beschäftigten. Also es ist nicht ein Verbot von Selbstbestimmung, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen nicht bestimmen können, wann wer arbeitet und vor allen Dingen nicht bestimmen können, dass die Ruhezeit verkürzt wird. Der Punkt ist uns an der Stelle nochmal besonders wichtig. Darüber hinaus, wie gesagt, gibt es sehr viele Möglichkeiten an Flexibilisierung. Wir haben jetzt im Koalitionsvertrag noch vereinbart, dass es auf der Basis von Tarifverträgen noch ein höheres Maß an Flexibilisierung geben kann. Wir denken da insbesondere an Unternehmen aus der IT-Branche, wo es natürlich auch üblicher ist, nochmal ein bisschen flexibler zu arbeiten. Wichtig ist, dass halt wie gesagt Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen oder Gewerkschaften an der Stelle, wenn es zwei Tarifverträgen sind, da halt auch mitreden können und sagen, wo sind die Grenzen der Flexibilität, wo müssen und können die Leute besser geschützt werden. Manche Leute muss man auch vor sich selber schützen. Also vor Selbstausbeutung, gerade in der IT-Branche gibt es das oft, dass junge Leute denken, ach, ich komme mit vier, fünf Stunden Schlaf locker aus. Wenn man das mal zehn Jahre gemacht hat, dann ist man durch. Und da müssen wir auch als Gesellschaft, glaube ich, darauf achten, dass klar ist, dass auch ein gesundes, längeres Arbeiten vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auch länger möglich ist. Aber es ist innerhalb des Rahmens, ist eine Menge möglich an Arbeitszeitflexibilität. Das hängt oft an den Tarifpartnern. Das heißt, in Tarifvereinbarungen wird manchmal der Rahmen des Arbeitszeitgesetzes auch nicht ausgenutzt. Also unsere Vorstellung wäre, dass der Arbeit, das nicht unbedingt vorgeschrieben ist, 9-to-5-Jobs zu machen, sondern dass man auch mal ein paar Stunden morgens, ein paar Stunden abends oder wie auch immer auch anders über die Woche verteilt. Aber das muss in einer Art und Weise passieren, wo halt auch die Menschen das selbstbestimmt entscheiden können und halt auch entsprechend geschützt werden. Vielen Dank. Damit würde ich auch die Frage an Herrn Koubert stellen. Ich weiß, dass die FDP im Wahlprogramm noch hatte, dass man gegebenenfalls die Flexibilisierung so erreichen könnte, dass man von der täglichen Höchstarbeitszeit auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit umstellen könnte. Sehen Sie dann noch Möglichkeiten, eine weitere Flexibilisierung jenseits von Tarifverträgen in der Koalition durchzuführen? Sie haben zurecht beschrieben, mit welchen Forderungen wir in der Wahl uns um unsere Wählerinnen und Wähler beworben haben. Aber wir sind eben in einer Koalition und unsere Partner haben mit anderen Forderungen bei ihren Wählern geworben. Und wir haben es geschafft, glaube ich, insgesamt einen Koalitionsvertrag zu erarbeiten, wo alle Interessen, glaube ich, auch berücksichtigt sind. Und das ist fair, dass wir da auch zu Kompromissen bereit sind von Seiten der FDP. Richtig ist, und das hat ja auch Wolfgang Strengmann-Kuhn gerade gesagt, dass wir natürlich auch wollen, dass Menschen, weil es zu ihrem Leben gut passt, Freiheiten, die das mobile Arbeiten ermöglicht, auch nutzen können. Also beispielsweise Kinderbetreuung und Arbeiten besser miteinander zu vereinbaren. Und das bedeutet wohl in der Praxis, dass man beispielsweise auch am frühen Morgen und am späten Abend mal arbeiten kann und dafür tagsüber entsprechende Stunden frei haben kann. Das war ja auch immer unser Ansinnen in unserem Wahlprogramm, dass wir nicht gesagt haben, die Menschen sollen mehr arbeiten, sondern sie sollen die gleiche Anzahl an Stunden selbstbestimmter verteilen können. Und diese starre Grenze von elf Stunden Ruhezeit schränkt eine gewisse Flexibilität ein. Denn Sie können sich ja ausrechnen, wenn Sie um 22 Uhr den Computer runterfahren, dann dürften Sie ihn eigentlich erst um neun Uhr morgens am nächsten Tag wieder hochfahren. Und das entspricht aber nicht unbedingt der Lebensrealität. Eine Vorstellung zu haben, dass Eltern teilweise Kinder ins Bett bringt, dass andere in der Zeit arbeitet, am nächsten Morgen dann noch vor dem Frühstück die ein oder andere E-Mail abarbeitet, um dann die Kinder zu wecken und in den Kindergarten zu bringen. Das sollte aus meiner Sicht in der Praxis möglich sein. Wenn das aufgrund von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und so weiter geschieht, ist, glaube ich, schon was erreicht. Und man wird daraus Erfahrungen sammeln können, die, ich glaube, am Ende zeigen werden, in Verbindung zu dem, was Stefan Stracke gesagt hat. Dass wir ja einen zunehmenden Arbeitnehmermarkt bekommen. Also im Sinne von, dass die Arbeitnehmer über ihre Arbeitsbedingungen sehr viel selbstbestimmter entscheiden können, weil sie einfach die Nachbar gemacht haben. werden wir erleben, dass es nicht zur Ausbeutung kommt. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich, sondern dass es ein Gewinn ist zu beide Seiten. Und dass wir auf diesen Erfahrungen aufbauen und dann für die Zukunft vielleicht nochmal ein Stück weit flexibler vom Rechtsrahmen her uns getrauen können zu sein. Es ist sicherlich so, dass bei Wissensarbeitern die Flexibilität besser genutzt werden kann und dies auch in der Praxis zumindest auch so gelebt wird. Herr Stracker, möchte Sie da noch ergänzen? Wie sehen Sie das Vorhaben der Koalition? Das Beispiel von Herrn Kober hat ja trefflich gezeigt, dass die derzeitigen Regelungen zum Arbeitszeitgesetz einfach nicht mehr passen. Nicht mehr passen zur Realität, wie gearbeitet wird, wie die Flexibilität versucht wird zu finden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf herzustellen. Und genau da bricht es. Und in dem Moment, wo wir feststellen, dass Regeln eigentlich permanent gebrochen werden, weil sie einfach überhaupt nicht mehr passgenau sind, auf die Lebensrealität keinen Bezug mehr nehmen. Deswegen muss man sie dann auch verändern, ohne, und das ist mir auch ganz wichtig, den Gesundheitsschutz auf die Seite zu schieben. Ich glaube, da braucht man schon auch in diesem Bereich eine gute Balance. Und deswegen ist die Selbstbestimmung hier in dem Bereich ein hohes und wichtiges Gut, aber eben auch der Schutz. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, das, was die Europäische Union hier vorgegeben hat, hält diese Balance ein, nämlich die wöchentliche, höchst, also die Wochenarbeitszeiten in den Blick zu nehmen und nicht die tagtägliche. Und das sollten wir tun. Das, was die Koalition jetzt macht, ist wieder nur ein kleiner Schritt vorneweg, im Sinne von Experimentierräumen. Dann braucht man wieder viel Zeit, um das zu evaluieren. Und dann schaut man dann, wir brauchen jetzt den großen Sprung, damit wir auch alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier in diese Flexibilität hineinnehmen können, die sie ja so händeringend selber erwarten und brauchen. Da hat sich die FDP nicht durchsetzen können. Das finde ich schade, weil die Wählerinnen und Wähler und vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas anderes brauchen, nämlich einen flexiblen Arbeitsmarkt. Vielleicht greifen wir auch das Thema Arbeitsschutz nochmal in einem anderen Blickwinkel auf, nicht nur aus der Perspektive des Arbeitszeits, sondern auch Gesundheitsschutz ist auch die Gestaltung, wie man von zu Hause aus arbeitet, ob man bestimmte Arbeitsmittel dafür bekommt vom Arbeitgeber, ob man ergonomisch sich zu Hause einrichten kann. Im Koalitionsvertrag steht, dass eine Klarstellung notwendig ist, dass mobiles Arbeiten nicht Telearbeit ist. Viele wissen vielleicht, dass in der Arbeitsstättenverordnung, wo Telearbeit geregelt ist, ganz klare und sehr detaillierte Vorgaben es dazu gibt, wie ein häuslicher Arbeitsplatz aufsehen soll. Herr Dieren, die Frage möchte ich an Sie stellen. Wie könnte Arbeitsschutz in dem Rechtsrahmen verankert werden? Also zum einen gehört da natürlich zu, was wir jetzt gerade auch in rechtlichen Arbeitsstättenverordnungen, im Telearbeitsgesetz drin haben, also Regeln dazu, wie ein Arbeitsplatz eingerichtet zu sein hat. Das gehört auch zu Homeoffice und mobilen Arbeiten dazu. Also die ergonomischen Anforderungen, Lichteinfall, all solche Sachen, damit Leute da nicht in auf Dauer ungesunden Sitzhaltungen arbeiten. Das ist natürlich das eine. Was man aber, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte, und das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, auch gemerkt, sind die psychischen Gefährdungen, die das mit sich bringen kann. Klar, jetzt war die Pandemie nochmal eine ganz besondere Lage, in der Vereinzelung, Quarantäne für viele psychische Belastung bedeutet hat. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, und das wollen wir, Möglichkeiten von mobilen Arbeiten und Homeoffice auf Dauer zu etablieren und auch rechtlich in verlässlichen Rechtsrahmen zu gießen, dann müssen wir auch da natürlich einbeziehen, dass es sein kann, dass Leute dann vielleicht über einen gewissen Zeitraum gar nicht ihre Kolleginnen zu Gesicht bekommen. Und das ist, ja, kann jedenfalls die Gefahr in sich bergen, dass das zu Vereinzelungen führt. Und da sollten wir, glaube ich, auch sehr genau darauf achten. Also zum Beispiel einzubeziehen, dass die Kollegen sich auch regelmäßig physisch treffen, dass es die Möglichkeit immer gibt, dass es zum Beispiel eine Möglichkeit für Gewerkschaften und Betriebsräte auch gibt, die digital zu Hause zu besuchen, um jedenfalls auch den digitalen Kontakt zu haben und darüber zu sprechen. Und auch, ich finde, das sollten wir diskutieren, eine psychische Gefährdungsbeurteilung, also eben nicht nur ergonomische und physische Faktoren einbeziehen, sondern auch, was Homeoffice und mobiles Arbeiten an psychischen Belastungen mit sich bringen kann. Weil ich glaube nochmal, das haben wir über die letzten zwei Jahre gemerkt, auch das kann zu einer ganz schönen Belastung werden. Und wenn wir das jetzt schon verlässlich regeln und auf Dauer regeln wollen, dann gehört auch das dazu. Wir können niemanden in die Vereinzelung und Vereinsamung nach Hause schicken, sondern müssen auch das da einbeziehen. Vielen Dank. Ich bitte um noch eine kurze Ergänzung von Frau Fersche. Was ist von den Linken, aus der Linken Perspektive noch ganz wichtig wäre, was das Thema Arbeitsschutz anbelangt? Ich stimme Jan Dieren zu, dass es letztendlich darum geht, eine psychische, aber auch eine physische Gefährdungsbeurteilung für den Arbeitsplatz vorzunehmen und dass natürlich der Arbeitsplatz entsprechend auch ausgestattet werden muss. Aber wenn man zum Thema Arbeitsschutz spricht, kommt man unweigerlich wieder auf das Thema Arbeitszeit zurück. Und da würde ich auch nochmal gerne auf das eingehen, was vorher gesagt worden ist und da so ein Stückchen auch die Arbeitsrealität wieder zurechtrücken, weil es ist ja nicht in jedem Fall, sondern eher unterdurchschnittlich der Fall, dass der Beschäftigte autonom bestimmen kann, wann wie gearbeitet wird, sondern überwiegend gibt ja der Arbeitgeber entsprechend den Rahmen vor und legt fest, wann er erreichbar, wann der Arbeitnehmer erreichbar sein muss oder dass gegebenenfalls bestimmte, also das sehe ich, wenn man mit Indien oder Amerika kommuniziert oder wie auch immer, dass das entsprechend zu einer bestimmten Arbeitszeit stattfinden muss. Also in den seltensten Fällen ist es ja so, dass man sagt, wir sind hier bei Wünsch dir was und ich organisiere mir meine Welt, wie sie ist, sondern es gibt ja Vorgaben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es einen entsprechenden Rahmen gibt. Und die Dinge, die genannt worden sind, nämlich, dass man zum Beispiel früh arbeitet, dann eine längere Pause macht und abends weiter arbeitet, ist ja alles möglich, auch mit dem bestehenden Arbeitszeitgesetz. Eines ist richtig, die elf Stunden Ruhezeit, die begrenzen tatsächlich ein Stück weit die Flexibilität, aber das ist auch gut so. Alle Studien belegen, dass es krank macht, dass es vor allem psychisch krank macht, wenn Menschen permanent ihre Ruhezeiten nicht einhalten. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass in der digitalen Arbeitswelt diese Regularien auch irgendwo stattfinden. Und da gebe ich Wolfgang Strängmann-Kuhn auch absolut recht, der vorher gesagt hat, da muss man auch ein Stück weit die Beschäftigten vor sich selber schützen. Weil die Erfahrung habe ich tatsächlich in meinem Arbeitsleben auch gemacht. Die jungen Wilden, in Anführungsstrichen, bei denen spielt das keine Rolle. Aber jemand, der mal 50 Jahre alt ist und immer wieder die Arbeitszeiten nicht eingehalten hat oder zu unregelmäßigen Arbeitszeiten gearbeitet hat, der spürt es. Und wir müssen schon gucken, dass die Beschäftigten ihr ganzes Arbeitsleben lang entsprechend auch gesund bleiben. Vielen Dank für die ausführliche Erläuterungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass für viele Beschäftigte die Flexibilität auch eine gewisse Arbeitszufriedenheit gibt. Und die kann ja natürlich auch auf die Gesundheit positiv auswirken, wenn sie Privates und Berufliches besser im Einklang bringen können und nicht unbedingt in die acht Stunden reingepresst werden. Aber das ist sicherlich lebenslagenabhängig und sicherlich auch altersabhängig und hängt von vielen Faktoren ab. Ich habe noch einen letzten Punkt zu diesem Thema, was ich aus dem Publikum bekommen habe. Also eine Frage. Es ist an Frau Ferschel adressiert. Und zwar sagt der Arbeitgeber muss nur dann die Kosten tragen, wenn die Erbringung der Arbeit im Homeoffice primär in seinem Interesse liegt. Er also beispielsweise nicht genug Büroarbeitsplätze bietet. Da kommt jetzt diese Kostenfrage wieder auf. Sehen Sie da bestimmter Anpassungsbedarf? Auch in der Runde bitte um kurze Antwort, weil wir noch ein zweites Thema haben, die wir erörtern müssen, wer die Kosten zu tragen hat, je nach Interessenlage, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, wie Sie das verteilen sollen. Vielleicht Frau Ferschel, Sie dürfen anfangen, aber bitte um kurze Antwort. Wir haben ja noch ein zweites Thema. Ja, ich mache es auch relativ kurz. Aus unserer Sicht heraus, wie gesagt, ist es wichtig, dass es einen Rechtsanspruch auf Homeoffice gibt, ergänzend. Und tatsächlich aber parallel, unabhängig davon, von wem jetzt der überwiegende Wunsch ausgeht, auch klar, dass die Arbeitsmittel entsprechend vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Möchte jemand aus der Runde noch ergänzen? Widersprechen oder? Vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir haben ja als Union noch die Homeoffice-Pauschale eingeführt, sodass beispielsweise steuerrechtlich die Dinge auch in Abzug gebracht werden können. Das wird jetzt auch weitergeführt. Das ist auch richtig so. Ich glaube, da kann man auch noch vorangehen in diesen Bereichen. Also insofern, es geht schon auch um die technischen Voraussetzungen, dass das tatsächlich auch passt, dass ich eine gute Internetqualität habe. Ich will das hier nur mal erwähnen. Auch da haben wir sicherlich noch Aufgaben, gerade im ländlichen Raum vor uns, dass das auch immer bruchlos funktioniert. Also da gehört ein Gesamtpaket dazu und am Ende ist es auch ein Aushandlungsprozess zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie das verteilt ist von den Lasten, dass das ausschließlich immer nur der Arbeitgeber zu tragen hat. Das muss man eben sehen, wie diese Balance da ist. Am Ende geht es auch darum, natürlich, dass der Gesundheitsschutz gewährleistet ist. Aber ich glaube, das kann man auch anders gestalten, indem nicht ausschließlich der Arbeitgeber dann vor der Haustür steht und klingelt, sondern da gibt es auch intelligentere Möglichkeiten. Stimmt, das habe ich gelesen in einem Vorschlag in der letzten Legislaturperiode. Sie haben vorgeschlagen, eine App für die Gefährdungsbeurteilung im häuslichen Umgebung einzuführen. Die sind bestens informiert. Ja, ich würde gerne zum zweiten Thema überleiten. Und das Thema ist ja IT-Fachkräftesicherung, was für uns als Digitalverband natürlich ein sehr wichtiger ist. Laut der aktuellen Bitkom-Studie waren Ende 2021 96.000 IT-Stellen unbesetzt in der gesamten Wirtschaft in Deutschland. Und zwei Drittel der befragten Unternehmen haben befürchtet, dass der IT-Fachkräftemangel sich noch weiter verschärfen wird. Da stelle ich gerne die Frage in die Runde. Vielleicht könnte Herr Kobea anfangen. Wie könnte Deutschland für ausländische IT-Fachkräfte attraktiver werden? Brauchen wir ein Tech-Visum, wie das in Frankreich oder im Vereinigten Königreich eingeführt worden ist? Oder gibt es vielleicht auch andere Wege, wie man die Fachkräfte nach Deutschland einladen könnte? Also zunächst einmal braucht man ein unkompliziertes und in sich stimmiges Einwanderungs- und Zuwanderungsrecht. Da haben wir uns ja darauf verständigt und wir haben das FD auch immer gefordert, dass wir ein Punktesystem einführen sollten. Das ist zunächst einmal ganz die Voraussetzung für alles Weitere. Das Zweite ist, wir brauchen natürlich auch eine lebendige und spannende Landschaft von IT-Unternehmen in Deutschland. Denn viele Fachkräfte kommen ja nicht einfach nur aufgrund von finanziellen Möglichkeiten, sondern auch von persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb ist es tatsächlich wichtig, dass wir auch die Finanzierung zum Beispiel von Start-ups erleichtern. Und dazu muss mehr Geld zur Verfügung stehen. Deshalb sagen wir auch, dass beispielsweise die Aktienkultur in Deutschland, und jetzt rede ich als Sozialpolitiker, ganz bewusst eine neue Bedeutung bekommt. Und das fordern wir beispielsweise auch durch eine Aktienrente innerhalb der ersten Säule der Rentenpolitik, also innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung. Das sind solche Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt speziell zusätzlich zu viele Förderprogramme brauchen, sondern wir brauchen eigentlich mehr Lebendigkeit im Markt, mehr Freiheit im Markt und Finanzierungsmöglichkeiten und ein richtiges Zuwanderungsrecht. Dann sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Hürden genommen. Flächendeckendes Glasfaserausbau natürlich, weil wir brauchen natürlich IT-Unternehmen flächendeckend in Deutschland. Das sind aber die wesentlichen Faktoren. Vielen Dank. Herr Dieren, ich möchte Sie auch fragen, im Koalitionsvertrag steht dazu, dass Sie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz weiterentwickeln möchten und auch ein Punktesystem eingeführt werden soll. Können Sie schon mal Ihre ersten Ideen oder die Ideen Ihrer Partei und die koalierenden Parteien dazu ein bisschen erläutern? Ja, wie Pascal Kober das gerade richtig gesagt hat, ist dieses Punktesystem, das jetzt im Koalitionsvertrag steht, das Ergebnis des Kompromisses zwischen den drei Koalitionsparteien. Und was mir und was uns jetzt bei der Umsetzung dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich darauf schauen wollen, welche Herausforderungen und welche Anforderungen wir als Gesellschaft eigentlich haben, welche Arbeit bei uns erbracht werden soll. Also zum Beispiel ist mittlerweile, glaube ich, in den letzten zwei Jahren sehr deutlich geworden, dass wir dringend Leute brauchen, die in der Pflege arbeiten und die da wichtige, für uns als Gesellschaft wichtige Arbeit erbringen. In der IT-Branche, wo sie berechtigterweise Interessen haben, brauchen wir auch Leute, die da arbeiten, erbringen, im Handwerk, in der Baubranche brauchen wir dringend Fachkräfte. Also darauf zu schauen, was brauchen wir eigentlich als Gesellschaft an Arbeiten, die erbracht werden müssen, um zusammen gut leben zu können. Und das ist mir wichtig, darauf zu schauen, welche Fähigkeiten und individuellen Eignungen Leute mitbringen, um in dieser Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zu leisten. Das ist der Blick, mit dem ich, mit dem wir auf Menschen schauen, welche individuellen Fähigkeiten und Eignungen haben sie. Was mir andersrum aber auch wichtig ist, daraus nicht, also aus dem Punktesystem, das kann natürlich die Beiträge und das, was wir brauchen, das, was Leute können, bewerten. Wir wollen aber natürlich nicht Menschen einen Wert zusprechen, weil also ein Ranking, dass die eine Person mehr wert wäre als die andere, sondern darauf schauen, welche Bedürfnisse wir als Gesellschaft eigentlich haben und wie wir es schaffen, diese Bedürfnisse abzudenken. Und da kann, glaube ich, dieses Modell, das wir da jetzt als Kompromiss haben, einen Beitrag zu leisten. Aber es ist eben wichtig, glaube ich, daraus nicht eine, ja, nicht eine Menschen danach zu kategorisieren, sondern da sehr offen dran zu gehen und zu schauen, welche Bedarfe wir als Gesellschaft haben. Aber da, glaube ich, sind wir auch auf einem ganz guten Weg in der Diskussion. Ja, vielen Dank. Sehr interessant, dass es eher an die Bedarfe orientieren wird, die die Arbeitsgesellschaft in Deutschland benötigt. Das war schon mal ein interessanter Einblick in dem, was noch kommt. Was wir aus der Mitgliedschaft häufig hören, ist, dass die Visa-Verteilung und insgesamt die behördlichen Prozesse sehr langwierig sind, dass es kaum digitalisiert ist. Was hat die Koalition vor? Ich stelle die Frage an Sie, Herr Dr. Stengmann-Kuhn, um diese Prozesse noch besser zu beschleunigen und vor allem vielleicht eine E-Akte einzuführen oder vielleicht auch mal englischsprachige Unterstützung und Informationen zur Verfügung zu stellen, dass gerade IT-Fachkräfte, die an digitalen Tools gewohnt sind und dass das auch erwarten, dass diese vorhanden sind, auch tatsächlich die Bereitschaft haben und die Wille haben, diesen langwierigen Prozessen dann in kürzerer Form durchzulaufen und nach Deutschland zu kommen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich will vielleicht noch mal vorweg sagen, Jan Dieren hat eben von Kompromiss geredet. Das klingt so, als wären wir da sehr weit auseinander in der Koalition. Da sind wir an der Stelle eigentlich nicht, sondern sowohl, was das Thema Einwanderung angeht, sind wir da, was das Ziel angeht, sehr einig, dass wir die Einwanderung brauchen, auch gezielt IT-Fachkräfte zum Beispiel anwerben, ansprechen. Wir sind uns auch sehr einig, dass wir insgesamt die Verwaltung stärker entbürokratisieren und digitalisieren wollen. Da ist ja in Deutschland wirklich viel zu tun. Und gerade in dem Bereich, haben Sie völlig recht, ist das enorm wichtig. Also mehr Möglichkeiten von so One-Stop-Shops zu haben, an einer Stelle das zu beantragen, die Möglichkeiten zu schaffen. Sie haben gesagt, auch englischsprachige Möglichkeiten ist sehr wichtig. Umgekehrt ist es dann aber auch so, wenn die Leute hier sind, muss man mehr Möglichkeiten schaffen, dass die beim Job auch gucken, dass sie Deutsch lernen, um ihnen auch Möglichkeit zu geben, dann auch hier zu bleiben. Auch Familiennachzug leichter zu ermöglichen, ist für viele Menschen ein sehr wichtiger Punkt. Was auch wichtig ist, ist ausländische Studierende anzusprechen und mehr Attraktivität an den Hochschulen zu schaffen. Und dann möglichst die Leute dann auch hier zu behalten, wenn sie das Studium fertig haben. Da gibt es auch immer wieder Hürden, die wir abbauen müssen, wenn Leute hier studiert haben, dann ihnen auch die Möglichkeit zu geben, dann hier auch beschäftigt zu sein. Also da gibt es noch viel zu tun. Aber das Allheilmittel haben wir da an der Stelle auch noch nicht gefunden. Sie hatten ja explizit nach so einem Tech-Visum gebracht. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, müsste man aber auch sich nochmal genauer anschauen. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, wo es vielleicht Pilotprojekte auch nochmal bräuchte, um tatsächlich zu gucken, was ist denn wirklich am effektivsten, um IT-Fachkräfte zu bekommen. Vielen Dank. Ich würde gerne auch die Möglichkeit bieten, an den beiden Oppositionsparteien auch das Regierungsprogramm zu kommentieren und dann vielleicht auch eigene Vorschläge zu machen, was vielleicht für eine erfolgreiche Einwanderungspolitik hilfreich wäre. Vielleicht möchte Sie beginnen, Herr Strache. Ja, vielen herzlichen Dank. Unser Land braucht Fachkräfte für eine gute Zukunft. Ansonsten laufen wir immer stärker auf eine Wachstumsbremse hin. Die müssen wir entschlossen entgegensteuern durch Möglichkeiten des Inlands, wie wir hier gut ausbilden, wie wir Frauenerwerbstätigkeit beispielsweise noch deutlich nach vorne bringen, vieles mehr. Der Binnenmarkt bietet auch noch Chancen, allerdings eher begrenzt. Und deswegen ist natürlich der Blick außerhalb der europäischen Grenzen ein immer stärkerer. Wir sind, und das müssen wir ja gemeinsam feststellen, nicht so wirklich das Zielland für kluge Köpfe. Und da müssen wir besser werden. Und deswegen hat ja die vergangene Koalition, die große Koalition, ein modernes Einwanderungsrecht auf den Weg gebracht mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Da haben wir uns auch bewusst angeschaut, was ist denn der Vorteil dieses Punktesystems. Und überall dort, wo dieses Punktesystem angewendet wird, wie beispielsweise in Kanada, haben sich diese schon verabschiedet, weil sie erkannt haben, dass es viel zu wenig flexibel ist. Deswegen haben wir dieses Punktesystem nicht gemacht. Ich wundere mich, dass jetzt diese Koalition das zusätzlich aufnimmt. Aber es ist alles eine große Kompromissmaschine, dieser Koalitionsvertrag. Und ob sinnvoll ist es oder nicht, aber es müssen Interessen zusammengeführt werden. Deswegen, wir haben es nicht gemacht, weil wir zu einer besseren Lösung gekommen sind mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, wo wir Fachkräfte nach Deutschland holen wollen. Aber die Analyse ist ja richtig, die Sie sagen. Wir sind jetzt gerade gestartet mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in die Pandemie hinein. Allerdings sehen wir schon auch jetzt nach den ersten Erfahrungen, die ja nur sehr klein sind, es ist schon sehr behäbig. Also wir müssen schneller werden in den Verwaltungsverfahren. Wir müssen die Leute an die Hand nehmen. Digitalisierung ist da zwingend notwendig. Wir haben ja jetzt auch ein Backoffice beispielsweise, das Auswärtige Amt, das das Nadelöhr der Botschaften endlich beseitigt wird, das ja uns in dem Bereich so stark lehnt. Der Spracherwerb, ja, wir haben hohe Anforderungen zum Teil an die Sprache gesetzt. Bei IT ist es anders, da haben wir uns bewusst anders entschieden. Ich glaube, das muss man auch nochmal justieren und hinterfragen, ob wir bei den Spracherkenntnissen unter Umständen noch ein Stück weit Bewegungsspielraum haben. Und beim Anerkennungsverfahren von beruflichen Qualifikationen, auch das ist ja etwas, das ja so viele Ebenen in unserer Republik berührt, von Handwerkskammern, IHK bis hin zu den Regierungen beispielsweise bei mir in Bayern. Also das ist etwas, wo wir auch deutlich schneller werden müssen. Das zeigt eigentlich meines Erachtens nach den Handlungsbedarf auf. Wir sind gut, was die grundsätzliche Struktur angeht. Wir müssen offen werden. Wir müssen ein Selbstbewusstsein ausstrahlen, dass Fachkräfte von außen gerne willkommen sind in diesem Land. Diese Offenheit müssen wir deutlicher machen. Und wir müssen die Menschen dann auch an die Hand nehmen durch schnelle digitale Verfahren. Ich glaube, das ist das Wesentliche, dass sie auch gerne zu uns kommen. Vielen Dank für die Ausführungen. Frau Feschel, möchten Sie es noch kurz ergänzen? Ja, viel ist schon gesagt worden. Ich denke, dass es letztendlich wichtig ist, tatsächlich die Vorgänge zu entbürokratisieren und damit zu beschleunigen. Ich meine, auch gerade im Bereich der IT ist es ja so, dass es nicht nur was ist, was die Wirtschaft trifft, sondern den Bund selber. Wir haben neulich eine Anfrage gestartet, dass die Auskunft gewesen ist, dass im Bund jede sechste IT-Sicherheitsstelle umgesetzt ist. Also das ist schon enorm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Wolfgang Strengmann-Kuhn hat es gesagt, dass entsprechend natürlich auch immer mitgedacht wird, dass nicht nur einzelne Fachkräfte kommen, sondern es kommen Menschen mit Familien. Und dann muss entsprechend auch klar sein, dass da die Bedingungen stimmen, dass es viel schneller geht, dass Berufsabschlüsse anerkannt werden. Also dass das deutlich einfacher möglich ist. Aber ich finde es auch wichtig, dass man eben Menschen nicht nur nach Witzigkeitskriterien unterteilt, sondern auch diejenigen qualifiziert, die jetzt schon da sind. Und es gibt Menschen, also Stichwort Spurwechsel, vielleicht jetzt nicht unbedingt im IT-Bereich so stark ausgeprägt, aber gerade im Bereich der Pflege sind mir etliche Fälle bekannt. Ich glaube, da müsste man viel mehr tun, dass Menschen, die jetzt hier sind, entsprechend eine Chance auf eine Qualifizierung haben, um dort dem Fachkräftemangel, den wir in einigen Bereichen haben, wirklich entgegenzuwirken. Und eins, glaube ich, ist auch ganz wichtig, wir müssen die Qualifizierung insgesamt verstärken, weil wir haben nach wie vor auch Potenzial im Inland, was noch nicht gehoben ist. Das ersetzt nicht Fachkräfte der Einwanderung komplett. Das ist völlig logisch. Aber wir müssen auch schauen, es ist eigentlich ein Unding, dass wir so viele Jugendliche haben, die ohne Berufsabschluss dastehen, dass wir tatsächlich Frauen haben, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind. Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, die parallel dazu, zu dieser Entbürokratisierung im Einwanderungsbereich angegangen werden müssen. Vielen Dank. Ich stelle fest, beim Thema Entbürokratisierung besteht ein Konsens. Das ist sehr schön. Für eine Abschiedsrunde möchte ich Ihnen allen die Möglichkeit bieten, ein Thema zu nennen, das aus dem Bereich Arbeitsmarktpolitik. Sie sind dabei völlig frei, welches Thema das ist. Als nächstes angehen möchten und die Sie mit am größeren Leidenschaft in dieser Legislatur vorantreiben möchten. Wir fangen vielleicht an wieder in Alphabitischer Reihenfolger. Herr Dieran, was ist Ihr Wunschthema? Vielen Dank. Ich glaube, ein Thema, das ganz eng zusammenhängt mit dem, was wir hier heute diskutiert haben, ist die Frage von Mitbestimmung. Wir sind jetzt im 50. Jahr der Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes. Und wenn wir über den Wandel der Arbeitswelt und neue Arbeitsorganisationsformen, die Sie ja mit am besten kennen, sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch darüber sprechen, wie wir Mitbestimmung an diese betriebliche und unternehmerische Wirklichkeit anpassen. Deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag ja auch darauf verständigt, Mitbestimmung weiterzuentwickeln. Und das ist eines der Themen, wo es, glaube ich, ganz wichtig ist, den rechtlichen Rahmen auf die Höhe der Zeit zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir Mitbestimmung in unserem Sinne weiterentwickeln. Vielen Dank. Vielleicht machen wir eine nächste Runde auch zum Thema Mitbestimmung und Modernisierung der Mitbestimmung. Ich bitte die anderen wirklich nur ganz kurz zu antworten und das Thema zu nennen. Vielleicht eignet sich dann das für eine nächste Runde mit den gleichen Beteiligten. Herr Strengmann-Kuhn. Also, jetzt habe ich die Reihenfolge aufgebrochen. Ja, macht ja nichts. Dann springen wir im Alphabet von vorne nach hinten. Also ein ganz wichtiges Thema im Koalitionsvertrag, wo wir uns sehr einig waren, war das Thema Weiterbildung. Wir müssen die Deutschland zu einer Weiterbildungsrepublik machen, vor dem Hintergrund der gesamten Veränderung vom ökologischen Umbau über die Digitalisierung, Demografie, Zuwanderung. Müssen wir die Menschen stärker weiterbilden und zu einer vierten Säule im Bildungssystem machen, dass es normal ist, sich im Lebensverlauf weiterzubilden. Da sind im Koalitionsvertrag ganz, ganz viele Maßnahmen genannt. Und die FDP hat dann in dem Koalitionsvertrag in Verhandlungen gesagt, dafür ist sie sogar bereit, mehr Geld auszugeben. Und das wollen wir tun. Aber mehr Geld ist das eine, Strukturen ist das andere. Also da gibt es unglaublich viel zu tun. Ganz wichtiges Thema, zu dem wir heute nicht gekommen sind, leider. Ja, aber das Thema nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich bitte die anderen nur noch in einem Satz zu antworten. Herr Kuber. Ja, ergänzend zu dem, was Wolfgang Streng-Mein-Kuhn gesagt hat, es darf auch niemand im Verlauf des Erwerbslebens oder schon auf dem Schulweg verloren gehen. Das heißt, wir müssen auch die Bildungserfolge für alle garantieren. Und den Aufstieg im Arbeitsmarkt auch möglicher machen. Vielen Dank. Herr Stache. Deutschland steht vor großen Veränderungen, gerade was Strukturen angeht. Und deswegen ist das Thema Fachkräftesicherung eins der maßgeblichen Qualifizierung, Weiterbildung. Von Anfang an ist deswegen eine der Antworten, die da notwendig sind, um diesen Strukturwandel zu begegnen und Fachkräfte und Arbeitsplätze zu sichern. Vielen Dank. Und Frau Feschel, Sie haben das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass das für das Thema Transformation, Qualifizierung das Schlüsselwort ist. Entsprechend mache ich nur noch Stichworte, Bildungsgeld, Rechtsanspruch auf Qualifizierung. Ich glaube, dass das notwendig ist, um den Wandel in der Arbeitswelt zu meistern und die Jobs sicher zu machen. Und um dann noch zwei Themen zu verbinden, zu sagen, wir brauchen auch hier eine stärkere Mitbestimmung für Betriebsräte, damit die nicht nur beim Wie, sondern auch beim Ob der Qualifizierung ein Mitbestimmungsrecht haben. Vielen herzlichen Dank. Also ich nehme mit Weiterbildung und Mitbestimmung diskutieren wir in einer zweiten Runde. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020